Auf der Polizeiwache rät Ingo Lenzen seinem Mandanten, zu wiederholen, dass Kollege Jan Schlömer dem Willenbesitzer Schwarzarbeit angeboten hatte. Simon Ormondi dies jedoch verhinderte. Direkt nach der Vernehmung erreicht den Familienvater ein alarmierender Anruf. Frau und Sohn wurden Opfer einer massiven Bedrohung. Alles okay bei dir? Alles okay bei euch? Ich weiß nicht, ich muss mich erstmal sammeln. Es war schrecklich. Es war absolut schrecklich. Erzählen Sie mal. Wir kamen gerade vom Einkaufen zurück und dann kamen der Herr Katerbach und der Herr Freitag auf uns zu und haben uns wirklich in die Enge gedrängt, an einem Zaun gedrückt. Ist ja mal interessant. Und sich über uns gebeugt. Machen Sie fertig. Machen Sie völlig fertig. Haben Sie das verstanden? Lassen Sie uns in Ruhe. Und dann meinte der Herr Katerbach, solange diese Anzeige steht, haben Sie keine Ruhe je Minute mehr. Es war schrecklich. Hat man nicht angefasst? Hat jemand... Schatz, die haben uns wirklich nicht angefasst, aber die sind so groß und die haben sich über uns gebeugt. Wie geht's dir? Es geht schon. Also jetzt ist es wieder in Ordnung, aber gerade eben, da hatte ich wirklich Angst. Okay. Es war wirklich krass. Um eine Sache sind wir ganz sicher nicht, und zwar hilflos. Ich kann dir in der Situation zu genügen und auch wenn es mir leid tut, sagen zu müssen, es wird nicht letzte gewesen sein. Aber sowas macht uns dann nicht kaputt, oder? Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Wir machen das zusammen, okay? Okay. Alles klar? All right. Gut. Wir werden jetzt sofort wegen dieses Vorfalls eine Anzeige erstatten. Das ist doch nötig. Das geht überhaupt nicht. Ja. Und vorangegangen war ja schon zu Ihren Lasten diese Körperverletzung. Die lagen ja eigentlich wehrlos am Boden und die haben Gewalt ausgeübt. Und das werden wir nicht dulden. Und deshalb fahren wir beide jetzt dahin und werden dir mal ganz klar sagen, wo die Grenze ist. Das machen wir. Ja? Ich würde sehr, sehr gerne mitkommen. Ich komme auch mit. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Herr Moni, Sie sind emotional so aufgewühlt gerade. Aber Herr Lenzensche... Ich glaube nicht, dass das zu einem guten Ende führt. In Ordnung? Wir melden uns bei mir, das verspreche ich. Wir kümmern uns, ja? Alles klar? Einen 15-Jährigen und seine Mutter zu bedrängen, damit diese ihre Anzeige wegen Körperverletzung gegen Thomas Freitag zurückziehen, überschreitet alle Grenzen. Bevor Ingo Lenzen den Willenbesitzer deshalb zur Rede stellt, holt er Sarah Grüner ins Boot. Denn es gilt auch zu klären, wer Simon Omondi den Einbruch in die Schuhe schieben will. Also ich bin wirklich froh, dass wir zu dritt zu Katterbach fahren. Ja. Also ganz ehrlich, dann können wir euch ein bisschen umgucken und ich kann mit ihm ein eingehendes Gespräch führen. Oh, macht das bitte. Oh ja, ich glaube, das wird jetzt echt mal Zeit. Ich bin auch schon dabei, mich über den zu informieren. Vielleicht kriege ich ja irgendwas raus. Macht das. Denkst du eigentlich, es ist ja möglich, dass irgendjemand aus der Gärtnerei Herrn Omondi was anhängen will? Grundsätzlich schon. Aber vielleicht denken wir zu einfach. Vielleicht ist es niemand aus der Gärtnerei. Sondern? Vielleicht ist es irgendjemand aus der Nachbarschaft. Irgendjemand, der Herrn Omondi irgendetwas neidet, wenn du weißt, was ich meine. Ich meine, und sehr gesprächig waren die nicht. Und liebenswürdig und gut übereinander redend und so weiter. Nee, nee, gar nicht. Also ich habe mich ja versucht mit denen zu unterhalten. Also die haben kaum die Zehne auseinander gekriegt. Nee, nee, die waren ganz komisch drauf da. Und dann habe ich hier noch was anderes Interessantes entdeckt. Was? Also man möchte ja meinen, dass wenn man so eine schicke Villa hat, dass man dann ordentlich Asche hat, ne? Ja, in den meisten Fällen. Na, ich glaube nicht. Ich bin nämlich hier gerade auf so einem Bewertungsportal für Unternehmen. Und anscheinend war das um die Firma von dem Cutterbach nicht ganz so gut bestellt gegen Ende hin. Weil hier schreiben die irgendwie alle, dass die total schlecht bezahlt wurden, die Mitarbeiter. Und der hier schreibt sogar, er wurde überhaupt gar nicht bezahlt von dem. Ach was. Das ging wohl richtig bergab mit der Firma. Ich dachte wirklich, der hat die Kohle, ne? Bei der will er? Ja, aber anscheinend nicht. Also ich glaube, dass es nicht gut finanziell um den bestellt. Jetzt lass uns mal hinfahren und dann reden wir doch mal mit ihm. Ingo Lenzen will klären, warum der Willenbesitzer seine Mandanten so vehement bedroht hat. Und dabei auch wegen dessen finanzieller Situation nachhaken. Linda Meier-Omondi hat sich unterdessen gegen den Rat des Anwalts auf den Weg gemacht und soll ebenso Zeugin von Heinz Cutterwachs Gesinnung werden. Ich möchte bitte dabei sein. Ich möchte nicht einfach daheim bleiben. Wie haben doch gesagt, es ist besser, als wenn Sie nicht dabei sind. Ich weiß, aber ich kann nicht einfach tatlos bleiben. Bitte. Das ist meine Mama. Ich kann es verstehen. Danke. Okay. Hören Sie mit. Danke schön. Sie sind bereit, ja? Ja. Könnte unschön werden. Tag, Herr Cutterbach. Tag, ja. Mein Name ist Lenzen. Ich bin der Anwalt von Frau Mondi. Der Anwalt? Der Anwalt. Der möchte jetzt mit Ihnen reden. Und in welcher Sache ich fragen darf? Das wissen Sie doch ganz genau. Ach, hören Sie doch. Ich weiß, erzählen Sie doch. Wegen der Aktion, die Sie da veranstaltet haben. Jetzt sind Freitag. Eine Aktion war das? Ja. Wollen wir? Dann kommen wir mal rein. Danke schön. Halt, halt. Du kommst hier näher. Wie? Soll das jetzt heißen? Er nicht. Was heißt hier er nicht? Weil ich das sage. Ich habe hier Hausrechte. Und ich sage, ihr bleibt draußen, bleibt da draußen. Ist ja uns einfach. Warum soll denn ihr draußen bleiben? Weil ich das sage. Weil ich hier Hausrechte habe. Meine Menschen sind der Anwalt. Verstehen Sie das nicht? Sonst. Wir müssen da nichts zu tun, dann würden wir uns wundern, oder? Ist doch okay. Okay, außerdem riecht die Saison ganz schön unangenehm drin. Ich kann ein bisschen frische Luft schnappen. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bleibe dann auch lieber draußen. Fein, fein. Ich kann auch sehr gut auf Ihre Anwesenheit verzichten. Komm. Ich werde ja gar nicht mit fertig, wie der gerade mit dir geredet hat. Alles frisch. Tut mir auch so leid, echt. Es muss dir nicht leid tun. Das ist diese Art von Alltagsrassismus, von der ich dir schon so oft erzählt habe. Aber ich meine, ich habe mich früher auch krass darüber aufgeregt. Und du kennst mich ja ein bisschen. Ja, gerne mal mit dem Kopf durch die Wand und so weiter. Aber ich bin jetzt Daddy geworden. Und ich meine, du hast Mia kennengelernt. Und ich meine, was denkst du, wie ich mich fühle, wenn sie weinend nach Hause kommt aus dem Kindergarten und mich fragt, Daddy, warum haben denn Prinzessinnen alle weiße Haut? Das hat sie gesagt? Klar hat sie es gesagt. Weil ihre Kindergartenfreundin gesagt hat, dass sie halt keine Prinzessin sein kann. Weil sie halt so aussieht, wie sie aussieht. Das macht mich so traurig, echt. Ja, das fühle. Boah, ich kriege richtig Gänsehaut gerade. Aber ich muss sagen, ich bewunder dich wirklich dafür, wie krass ruhig du bleiben kannst und wie du mittlerweile damit umgehst. Ach, das ist alles gut. Ich habe Respekt davor, wie du gerade reagiert hast. Ich meine, ich bin mit dir hier draußen, weißt du, was ich meine? Aber ist doch klar. Naja, ist halt nicht einfach. Bleibt doch so. Ähm, du mal ganz kurz was anderes. Siehst du das da? Guck mal hier. Das gehört bestimmt zur Alarmanlage. Und dann, da ist auch noch eine Überwachungskamera. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass das einfach so ausgefallen ist am Tag des Einbruchs. Man kann die Dinger sogar auch online steuern. Pep, oder was? Ja, ja. Kommt ja jemand nicht, ne? Ja, ja. Luft ist rein. Ach, zumal ich jetzt kurz. Kurios. Wow. Was haben wir denn hier? Sehr interessant. Was ist das? Ja. Das wird ja mal schärfer hier. Ich gebe gleich irgendwo Bescheid. Das wird dir bestimmt auch interessieren. Sollte es gerade gerade? Ja. Kam es gerade da raus? Bleibt mal hinter mir. Also, was sollte das? Sind Sie ein Rassist? Ich habe Ihnen gesagt, ich habe Hausrecht und ich bestimme, wer hier in meine Hütte kommt. Ist ganz einfach. Okay. Also, Sie haben Hausrecht. Aber Sie haben nicht das Recht, meine Mandantin und deren Sohn zu nötigen. Ach, hören Sie doch auf. Soll ich eine Frau, die die Mutter von einem Einbrecher ist, vielleicht haben Sie einen Kuchen einladen oder wie in mein Haus. Woher wollen Sie denn wissen, dass Ihr Sohn ein Einbrecher ist? Sagen Sie mir das mal. Passen Sie auf. Die Sache ist klar. Was ist daran klar? Die Fakten liegen da auf dem Tisch. Was denn? So gesehen worden. Gesehen worden ist er. Bei was denn? Aber nicht beim Einbruch, oder? Na klar, beim Einbruch. Bei was denn sonst? Beim Spazieren hierhin oder was? Was glauben Sie denn? Behaupten Sie es deshalb, weil der Junge schwarz ist? Na, das unterstellen Sie mir jetzt. Was? Nee. Na klar, unterstellen Sie mir das. Habe ich ja gerade bei meinem Mitarbeiter gesehen. Der ist schwarz, ruft hier nicht rein, der Junge genauso. Ach, hören Sie doch auf. Das können Sie alles nicht beweisen. Das mag jetzt Ihre Auffassung sein. Aber gut, das ist Ihre. Ich habe eine andere. Alles klar? Sie waren ganz schön auf die Kurose. Aber sagen Sie mal. Ist die Bude hier eigentlich bezahlt? Schön vorsichtig, Herr Anwalt. Schön vorsichtig. Was wollen Sie denn da behaupten? Dass Sie wohl gar keine Kohle mehr haben. Das ist ja nun wohl nicht Ihre Sache. Na, meine ich nicht. Aber die Sache der Bank ist es irgendwann. Ach, wissen Sie, das Sieg da ganz gelassen, wa? Warten wir uns doch einfach mal. Bleiben Sie gelassen. Das ist das Vorzeichen der Arroganz. Entschuldigung. Ich bezahlen kann. Dank seines aufmerksamen Teams weiß Ingo Lenzen nun, wer tatsächlich in die Villa Katterbach eingebrochen ist und kennt den Drahtzieher. Denn im Gartenhaus befand sich neben Kisten aus der Gärtnerei und einem verdächtigen Pullover auch noch eine bekannte Person. Mit was wird das jetzt hier? Das will ich Ihnen gerne erklären. Die nächste Kasperei. Gucken Sie mal, wer da reinkommt. Wer? Wir wissen mittlerweile, wer hier hinter diesem angeblichen Einbruch steckt. Ach, wissen Sie? Ja. Und wer soll das bitte sein? Da fangen wir doch mal an. Ja, das haben Sie alles ganz schön geschickt eingefädelt. Na? Was habe ich? Na ja, Sie wollten erst mal von sich selbst ablenken. Deswegen sind Sie in den Urlaub gefahren und haben dann hier den guten Herrn Schlömer beauftragt, diesen Hoodie hier zu besorgen. Genau den gleichen wie der von dem Herrn Omondi. Und die ganzen Kisten aus der Gärtnerei waren nämlich auch da. Und ja, warum? Weil Sie das alles dem Herrn Omondi in die Schule schieben wollten. Na? Jetzt, bitte, jetzt seien Sie nicht schon wieder so gespielt zu berechnen. Sie haben das alles doch hier inszeniert. Sie sind vereist, haben Ihre Alarmanlage vorher ausgeschaltet und schlimmer, hat den Rest besorgt. Und Sie haben deshalb diesen Einbruch hier inszeniert, um die Versicherung zu betrügen. Oh Gott. Finde ich in den Knast gehen? Hm? Nee. Jetzt gib's doch zu. Das war deine Idee. Halt die Fresse. Nein. Mach ich nicht mehr. Dafür gehen Sie ins Gefängnis, das garantiere ich Ihnen. Das glaube ich nur Sie. Aber wissen Sie was, jetzt nehme ich mal einen Anwalt. Ja, besser ist das. Hey, du bleibst jetzt mal hier. Der feine Herr. Aber Sie sind jetzt raus aus der Nummer. Ist alles wieder gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Vielen, vielen Dank. Sie haben uns das Leben zugerät. Sehr gerne. Der unbeherrschte Nachbar Thomas Freitag wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung, übler Nachrede und versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 3200 Euro verurteilt. Jan Schlümer wurde fristlos gekündigt und Familie Omondi geht es gut. Thilo hilft seinem Vater weiter in den Gärten der Nachbarschaft. Beide wurden von allen Vorwürfen entlastet.